Neues Update im Fall Tillinemann. Heute geht es um die Amadeo-Antonio-Stiftung und die Spendengelder, die über 800.000 Euro, die gesammelt wurden für die vermeintlichen Opfer von Tillinemann. Ja, es ist sehr ruhig geworden bei der Amadeo-Antonio-Stiftung in den letzten Monaten, was jetzt mit dem Geld dort so passiert ist. Jetzt ist klar, wo das Geld reinfließen wird und ja, zu großen Teilen wird das in eine neue Kampagne fließen. Und ob das so in Ordnung ist, das frage ich euch. Schreibt das sachlich unten rein, vielleicht auch die Leute, die selbst gespendet haben, ja, für die vermeintlichen Opfer von Tillinemann. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr das jetzt in Ordnung findet oder nicht. Wenn ihr kritischen Content mögt, ja, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da, ja. Ich nehme hier kein Blatt vor den Mund und gebe mir größte Mühe über Rebecca Reusch, Tillinemann, Luke Mockwitsch oder auch Gil Oferim oder auch über Gossip-Themen zu berichten und meine Meinung zu sagen. Also wenn ihr hier neu seid, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten gehen wir jetzt hier direkt rein, sonst bin ich auch immer vor der Kamera, aber hier macht Sinn, das Ganze hier wirklich eins zu eins vorzutragen von der Seite. Wie gesagt, ist hier auch nochmal dann unten für euch angepinnt, dann könnt ihr die Seite auch nochmal selbst besuchen, wenn ihr das jetzt hier nicht vorgetragen haben wollt, ja. Und ich trage jetzt hier einfach mal für euch vor und werde das Ganze natürlich kommentieren, gewohnt bissig, ja. Gemeinnütziger Fonds zur Unterstützung von betroffenen geschlechtsspezifischer Gewalt. Tilda wird gegründet, Erlöse der Kampagne, wie viel macht ein Euro soll nachhaltig wirken. Wie viel macht ein Euro wird Tilda? Ja, Tilda hilft sofort und solidarisch. Ja, das ist aber auch wieder ganz, ganz dufte, ist hier auch ganz aktuell hier vom 16. April. Wie gesagt, ich bringe ja dann immer die Updates zeitnah, damit ihr hier auch nichts mehr versäumt. Also wie gesagt, ein Abo ist kostenlos und ja, hier geht es dann darum, das Ständern lasse ich natürlich wie gewohnt weg. Das geht mir tierisch auf den Geist. Die Initiatoren der Spendenkampagne, wie viel macht ein Euro? Und die Amadeo-Antonio-Stiftung geben knapp 80% der Spendengelder an eine neu eingerichtete Fonds zur Unterstützung von betroffenen geschlechtsspezifischer Gewalt. Die Gelder der Spendenaktion zur Unterstützung mutmaßlich übertroffener von Rammstein-Sänger Till Lindemann sollen langfristig über den Fall hinaus wirken. Ja, ist es jetzt euch, die jetzt gespendet haben, recht, dass die Gelder, die ihr für einen speziellen Zweck verwendet haben wolltet und dort extra auch hingespendet habt, anders genutzt werden? Ja, vielleicht ähnlich jetzt wie in diesem neuen Fonds, der dann Till da heißt, aber halt nicht in dem Sinne, dass es hauptsächlich für diesen einen speziellen Fall genutzt wird, ja, den mutmaßlichen Opfern von Till Lindemann zu helfen. Ja, da haben sich ja anscheinend dann doch nicht so viele gemeldet und, naja, nun gut, genug Sarkasmus, dann gehen wir hier mal weiter. Oder, ähm, wie viel Macht ein Euro haben kann, bewiesen, zahlreiche Menschen im vergangenen Sommer. Ähm, auch ganz komisch, wie viel Macht ein Euro haben kann, bewiesen. Habe ich jetzt in Deutsch nicht aufgepasst oder klingt das hier irgendwie maximal komisch? Aber egal, ich habe es euch hier so vorgelesen, wie es hier steht. Mehr als 826.000 Euro wurden für die gleichnamige Kampagne gespendet um Betroffenen. Das Signal zu geben, dass sie nicht alleine sind und offen über Erfahrungen von Machtmissbrauch oder sexuellen Übergriffen sprechen zu können, ja. Das ist ja grundsätzlich vollkommen in Ordnung, wenn es wirklich Leute gibt, die da fürchterliches erlebt haben, denen auch zu helfen, wenn die selbst nicht das Geld haben. Aber, wie gesagt, diese Stiftung und die Leute, die da mitwirken, kann ich nur kritisch beäugen und ich finde das ganz, ganz scheußlich und das sollte man hier auch kritisieren, ja. Ja, Ausgangspunkt waren zu erwartende anwaltliche Abmahnungen gegen Betroffene, die mutmaßlich sexualisierte Gewalt im Umfeld der Band Ramstein erfahren haben und darüber öffentlich berichteten. Und ja, hier wird sich jetzt auch schon sehr vorsichtig inzwischen ausgedrückt, weil die natürlich auch ganz klar wissen, dass sie sonst abgemahnt werden, ja. Also sie sind hier schon vorsichtiger als noch vor einigen Monaten, was ich schon mal interessant finde, ja. Ja, dann geht's hier weiter. Mit der Spendenkampagne sollten die finanziellen Bedarfe von Betroffenen gedeckt werden. Initiiert wurde die ehrenamtliche geführte Kampagne von Jasmina Kuhnke, Quadromilf auf Twitter, die in den letzten Monaten sehr ruhig ist. Und was ist eigentlich aus der Küche geworden? Da wurde da auch schon mal irgendwie Geld gesammelt, 50.000 Euro. Ich weiß nicht, welche Küche oder generell, ja, wofür man da 50.000 Euro brauchte, kann sie ja vielleicht auch noch mal erklären. Vielleicht bin ich da auch nicht auf dem neuesten Stand, ja. Also könnt ihr ja gerne mal unten auch mich ergänzen. Würde mich echt interessieren. Nora Schöner ist auch überall, wo es, ja, Reichweite gibt. Karolin Kebekus, auch ganz, ganz fürchterlich geworden. Fand ich früher mal ganz witzig. Scheußlich, Rezo ist auch immer jemand, der dann drüber berichtet, dann aber nicht nochmal ein Update bringt, was ich auch immer sehr schade finde. Aber gut, Roger Reckless, wer auch immer das ist, Micha Fritz und Jani Tempel und MeToo Germany, darf natürlich auch nicht fehlen, und Janik Rienhoff. Ja, im Prinzip hat diese ganze Kampagne auch der MeToo-Bewegung in Deutschland, die ja durchaus wichtig ist, geschadet. Ja, das muss man auch so offen sagen, genauso der Spiegel und Co. Denn wie gesagt, ich glaube nicht, dass das sonderlich förderlich war für Leute, die betroffen sind und wirklich Schlimmes erlebt haben. In Zukunft noch an die Öffentlichkeit zu gehen oder das anzuzeigen, wenn das hier so nach hinten losgeht, die ganze Nummer. Aufgrund von vielen Fehlern, die auch in der Berichterstattung gemacht wurden, die zu Recht abgemahnt wurden. Die Amadeo-Antonio-Stiftung übernahm die Trägerschaft der Spendenaktion nach Abzug der bei der Spendenplattform betterplace.org verbliebenen Transaktionskosten. Die machen sich auch ordentlich die Taschen voll dort. Auch sehr clevere Idee. Verfügt die Kampagne nach Ende der Sammlung über 805.000 Euro, die unmittelbar Betroffenen zugutekommen. Also auch krass, über 20.000 Euro sacken die sich da erstmal an Transaktionskosten ein. Denn die Seite, also echt heftig, so viel zum Thema helfen und wir wollen euch ja nur helfen und der Mensch zählt. Aber schön die Gebühren da in 10.000 Euro-Schritten da abziehen. Also heftig, über 20.000 ist schon krass. Mehr als 88.000 Euro zur Unterstützung von Rammstein-Betroffenen. Weitere Rammstein-Betroffene können sich melden. Für diese werden 100.000 Euro bereit gehalten. Ja, Wahnsinn. Ja, also da fragt man sich aber auch jetzt, wo ist das jetzt genau hingegangen? An wen? Da ist unten noch eine Auflistung. Wir werden alles hier vortragen. Ich werde hier nichts unterschlagen. Ihr könnt dann aber trotzdem Fragen stellen an die Amadeo-Antonio-Stiftung entweder generell. Oder das natürlich auch gerne unten formulieren. Ich kann es natürlich euch nicht beantworten. Ich trage hier nur vor. Ich finde es auch alles sehr merkwürdig. Also ich würde zum Beispiel, wenn ich das jetzt, also wenn ich jetzt Geld spende, welche Summe auch immer, für Thema XY, dann möchte ich natürlich auch, dass das für Thema XY verwendet wird. Wenn das dann in komplett andere Projekte fließt, würde ich das falsch finden. Ihr könnt gerne unten reinschreiben, wie ihr das seht als Spender. Dann geht sie weiter. Durch die Spendenaktion haben sich Frauen ermutigt gefühlt, sich bei der Amadeo-Antonio-Stiftung zu melden, um von ihren Erfahrungen mit dem Sänger der Band Rammstein-Till-Linnemann und dessen Bandmitgliedern zu berichten. In mehreren Fällen konnte die Stiftung bereits eine Summe von 88.000 Euro für Anwaltskosten und Therapiekosten zusichern. Bei weiteren Fällen fanden und finden momentan noch beratende Gespräche statt. Die Bedarfe aus diesen und möglichen weiteren Anfragen werden geprüft und zukünftig aus dem Forsttäler gezahlt. Ja, ist dann auch immer interessant, wenn man jetzt da wirklich hingeht, kriegt man da auch wirklich Hilfe? Wird da alles übernommen von den Spendengeldern, die ja dafür gedacht waren? Oder wird da auch rumgedruckst und gesagt, ja, bei Ihnen sind wir jetzt uns nicht so sicher? Ja, weiß man ja auch nicht, ob das jetzt hier auch immer dann geholfen wird. Zeigleich haben sich bei der Amadeo-Antonio-Stiftung eine Vielzahl Betroffener gemeldet, deren Erfahrungen zwar keinen Bezug zum Umfeld der Band Rammstein aufwiesen, aber über ihre geschlechtsspezifischen Gewalterfahrungen, insbesondere im Kulturbereich, berichtet und nach Unterstützung gefragt. Ja, ist ja schön und gut, aber das hat natürlich dann mit dem eigentlichen Thema dann nur noch am Rande natürlich was zu tun. Auch wenn man natürlich solchen Leuten dann helfen kann und darf, dann sollte man aber eine neue Kampagne natürlich ins Leben rufen und nicht einfach das Geld aus dem Rammstein-Fonds dann nehmen. Ja, aber gut, vielleicht sehe ich das auch zu streng, ihr könnt es gerne unten ergänzen. Aus dieser Vielzahl von Anfragen wurde der Bedarf eines Fonds für betroffene geschlechtsspezifischer Gewalt deutlich, für den die verbleibenden Mittel der Spendenaktion genutzt werden sollen. Einen derartigen Fonds existiert bislang nicht und wird eine Leerstelle füllen. Der neue entstandene Fort Hilda unter dem Dach der Stadtblumen GUG, eine gemeinnützige Organisation, die sich seit der Corona-Pandemie für mehr Geschlechtergerechtigkeit einsetzt, schließt diese Lücke. Deutschlandweit gibt es mit dem BFF-Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe bereits ein großes Netzwerk an Beratungsstellen. Ja, das ist auch grundsätzlich wichtig und richtig, ja, das möchte ich auch mal positiv anmerken. Das ist natürlich für betroffene Frauen auch Beratungsstellen gibt. Der Fonds ergänzt deren Beratungsangebot durch die finanzielle Unterstützung betroffener geschlechtsspezifischer Gewalt, die weit zahlreicher sind als nur im Fall Rammstein. Die Mitte Auszahlung durch den Fonds ist aktuell im Aufbau und startet im Januar 2025. Ja, hier wird aber auch schon wieder so ein bisschen komisch durchformuliert, ja, wie gesagt, hier wird ja im Prinzip dann auch schon so geschrieben, als, ne, sei da jetzt irgendwas. Und wie gesagt, das hat es nicht vor Gericht geschafft und dann darf man sich, glaube ich, auch gar nicht so äußern. Aber nun gut, gehen wir hier weiter. Mit der Gründung des Tilder-Fonds haben die Spender so viel mehr erreicht, als wir zu Beginn der Kampagne im Sinn hatten. Denn dadurch können wir nicht nur die Betroffenen im konkreten Fall unterstützen, sondern wir können den Beratungsstand zukünftig ein Stück mehr Sicherheit geben, um Betroffenen geschlechtsspezifischer Gewalt bei anfallenden Kosten finanziell zu unterstützen, die von staatlichen Leistungen oft nicht gedeckt sind oder für deren Erstattung in vielen Fällen die Hürden zu hoch sind. Das ist ja aus Mina Kuhnke, ja, Quattromilf. Ja, solche Leute sitzen dann da und bereichern sich vielleicht, ja, eventuell vermeintlich auch mit diesen ganzen Spendengeldern dort. Ja, also die müssen ja auch irgendwie dann von irgendwas leben. Und ob das dann alles so ehrenamtlich ist, ist zumindest in Frage zu stellen. Das darf man ja noch. Dr. Janik Rienhoff, Mitinitiator, ergänzt, diese Unterstützung kommt unmittelbar den Betroffenen zugute, die weit zahlreicher sind als im konkreten Fall. Gemeinsam möchten wir strukturelle Missverhältnisse wie Machtmissbrauch nicht nur verstehen, sondern diese gesellschaftlich angehen, Betroffene die bestmögliche Unterstützung zu ermöglichen, sollte dabei im Vordergrund stehen. Ja, das ist ja grundsätzlich auch vollkommen in Ordnung. Aus Studien wissen wir, dass mindestens jede siebte Frau in Deutschland strafrechtliche, relevante, sexualisierte Gewalt erlebt. Das ist furchtbar. Laut einer aktuellen Dunkelfeldforschung des Bundeskriminalamts wird sexualisierte Gewalt aber in nur einem Prozent der Fälle angezeigt. Ja, auch sehr schade. Ja, die Justiz, die Politik, wie gesagt, hat in den letzten Jahren auch nicht viel dazu beigetragen, dass es sich verbessert. Ich sehe eine Prognose, oder ich gebe euch eine Prognose, wo ich ganz klar sagen muss, das wird wahrscheinlich sich noch drastisch verschlimmern, das Ganze mit den sexuellen Übergriffen die nächsten Jahre. Aus verschiedensten Gründen. Warum das Einstellen des Verfahrens gegen Tillinemann durch die Staatsanwaltschaft Berlin nicht gleichbedeutend damit ist, dass es keine Betroffenen gebe, erklärt sich damit auch, so Katharin Köppner, Geschäftsführerin des BFF. Ja, das ist auch schon wieder ganz schwierig formuliert, weil das würde ja schon wieder bedeuten, dass es so viele Frauen gab und dass er natürlich schuldig ist und Co. Also zumindest deutete ich das jetzt aus dem Gelesenen heraus. Wie gesagt, das hat es nichts vor Gericht geschafft und wenn die so viel Geld auf Halde haben, hätten sie ja die Leute auch unterstützen können, das dann vor Gericht anzugehen. Und das haben sie ja nicht getan. Ja, dafür wird das Geld ja dann nicht genutzt anscheinend. Daher wird der Fonds Töder von den erhaltenen Kampagnengeldern 100.000 Euro eigens für Betroffene zurücklegen, die sich im Zuge der Vorwürfe gegen den Sänger der Band Ramstein Tillinemann eventuell noch melden werden, um diese bei Bedarf unterstützen zu können. Immerhin, obwohl das natürlich trotzdem absurd daneben ist, warum wird das Geld auch nicht den Spendern zurückgezahlt, wenn es nicht gebraucht wird. Ja, können sich überhaupt Spender dort noch melden und ihr Geld zurückverlangen? Eigentlich sollte sowas auch möglich sein. Also gut. Knapp 80% der ursprünglichen Spenden gehen an einem Fonds für Betroffene geschlechtsspezifischer Gewalt. Mit Stadtblumen GUG konnte ein gemeinnütziger Träger gewonnen werden, der eng mit dem BFF kooperiert und gemeinsame Förderleitlinien entwickelt hat. Die Gründer von Stadtblumen haben sich über Jahre für die Schaffung eines solchen Fonds eingesetzt und Expertise wie Staat, Kapital eingeworben. Der Fonds wird Frauen, Lesben, Inter, nicht-binäre, Trans- und Agenda-Personen in Klammern Flinter unterstützen. Okay, was ist denn Agenda-Personen? Verstehe ich nicht. Also könnt ihr vielleicht unten erklären, die aufgrund ihrer Erfahrungen geschlechtsspezifischer Gewalt finanzielle Hilfe benötigen. Die Initiatoren der Spendenkampagne, wie viel macht ein Euro, und die Amateur-Antonio-Stiftung werden dem Fonds einem Startkapital von über 630.000 Euro ausstatten. Ja, von den Geldern der Spender. Die tun sich da so auf, als würden die jetzt hier das Geld locker gemacht. Das sind ja alle Spenden von anderen Leuten. Das ist ja nicht das Geld von dieser Stiftung dort. Dann sollte man sowieso kein Geld spenden, meiner Meinung nach. Dieses ganze Gehabe dort kommt mir sehr komisch vor. Und auch in den letzten Monaten, das hat jetzt auch sehr lange gedauert, dass hier überhaupt mal darüber berichtet wurde, was jetzt mit dem Geld passiert ist. Das ist schon echt dreist. Ruth Meding, Mitgründerin von Tilda. Wir haben zusammen mit BFF schon lange am Konzept von Tilda gearbeitet, aber das Startkapital für ein solches Unterstützungsfonds hat bislang gefehlt. Ja, das kommt ja ein echt Perfektes vom Timing, dass man ja das Geld für die vermeintlichen Opfer von Till Lindemann dort noch hat. Dann kann man ja das Geld dann einfach davon abzwacken. Mit den Erlösen aus den Spendenkampagnen kann Tilda jetzt nachhaltig an der Seite betroffener geschlechtsspezifischer Gewalt stehen. Übrigens, anscheinend können Männer sich dort nicht melden, ja, und sagen, mir ist was Schlimmes passiert, wenn die Unterstützung brauchen. Das ist, finde ich, auch nicht so richtig in Ordnung, ja. Aber, wie gesagt, das ist dann irgendwie auch schwieriger. Und dringend benötige Gelder schnell und unbürokratisch zur Verfügung stellen. Darunter fallen zum Beispiel Anwalts- und Prozesskosten, Fahrtkosten, eine sichere Unterkunft, Übernachungskostungen, Kosten für Umzüge, Kinderbetreuung, Therapien und berufliche Weiterbildung. Ja, alles schön und gut. Wie gesagt, grundsätzlich habe ich auch nichts dagegen, weil dann sollte man halt diese Stiftung und diese Kampagne dort befeuern und bewerben und dann die Leute bitten, das zu teilen. Vielleicht machen sie das ja dann, auch wenn es dann nicht irgendwie Publicity gibt, ja, und teilen dann mal so etwas. Aber dann das Geld einfach zu nutzen, was für was anderes gedacht war, finde ich schon ziemlich dreist. Und wer jetzt auch zum Beispiel sagt, ich sehe schon wieder die Kommentare unter dem Video und da wird man mir mal ganz übel, wenn ich drüber nachdenke, zum Teil, was da mal manche vielleicht schreiben werden, ja, und mich hier anprangern und sagen, ja, das ist nun mal so, dass hauptsächlich Frauen betroffen sind bei sexuellen Übergriffen, was ja auch durchaus so der Fall ist. Und Frauen machen das ja ganz, ganz selten bei Männern und dann brauchen Männer sich da auch nicht melden, weil sie dann Hilfe benötigen. Ja, es gibt aber auch zum Beispiel homosexuelle Männer, die von anderen Männern vergewaltigt werden, ja. Und ich finde, dann sollten die sich dort auch melden dürfen. Und das wird hier auch vollkommen außer Acht gelassen. Und wenn man dann immer sich so politisch korrekt geäußert und ja, wir alle, wir schaffen das und Diversität und Co. groß schreibt auf diesen ganzen Portalen, dann aber Leute ausgelassen werden, dann finde ich das irgendwie nicht konsequent durchgeführt. Und das darf man doch auch mal kritisch anmerken. Das ist dann immer ganz kritisch, wenn Leute das sagen. Ja, aber finde ich ganz, ganz falsch, wie hier manche denken. Ich sehe schon die Kommentare wieder, aber naja. Ich denke, ich habe es jetzt gut erklärt, dass das durchaus hier hinkt, was die hier betreiben. Wie bereits im Spendenaufruf angekündigt, wird auch der Sheros Found in Verwaltung der Amadeo-Antonio-Stiftung einen Teil der Spendensumme in Höhe von 50.000 Euro verwenden und zukünftig auch weiteren Frauen, trans-, inter- und non-binären Personen zu unterstützen. Okay, vielleicht muss man dann als Mann als non-binär da hingehen, dann kriegt man vielleicht Hilfe. Oder sich als Frau einordnen, das geht ja heutzutage auch. Dann ist das vielleicht, also ich finde es irgendwie echt, also diese ganzen politisch korrekten Seiten, die kotzt mich einfach nur noch an. Also ich kann diese Stiftung auch nicht für gutheißen. Also jeder, der da nur einen Euro hinspendet, ist für mich verloren. Also ich finde ja grundsätzlich die Idee dahinter eigentlich richtig, dass man Leuten, die betroffen sind, hilft. Aber diese Stiftung da finde ich ganz, ganz merkwürdig und nicht cool, was die da betreiben. Vor allem das Geld jetzt einfach dafür zu verwenden, ist schon echt dreist. Das muss man mal so deutlich sagen. Die aufgrund ihres Einsatzes gegen Gewalt, Diskriminierung und menschenverachtende Einstellungen angefeindet und bedroht werden. Nicht nur direkt Betroffene sind Anfeindungen ausgesetzt. Auch diejenigen, die sich für sie einsetzen, geraten unter Druck im Sinne der Spendenkampagne unterstützt. Der SheRus found Menschen, die aufgrund ihres Engagements systematisch eingeschüchtert werden und aus der Öffentlichkeit verdrängt werden sollen, erklärt Judith Rahner, Expertin der Antifeminismus bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Okay, ja, gut. Wie gesagt, es gibt Machtmissbrauch, es gibt Leute, die brauchen dringend Hilfe, wo wirklich schlimme Dinge passiert sind. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, habe ich jetzt auch mehrfach, glaube ich, auch so betont und drüber gebracht, dass man auch versteht, was ich hier meine, aber irgendwie ist das doch hier alles sehr, sehr merkwürdig. 34 Euro decken die entstandenen Kosten für die intensive Beratungsarbeit für Betroffene sowie juristische Konsolidationen zur Umsetzung der Kampagne. Also, was wurde denn jetzt explizit für das Thema Tellinemann ausgegeben? Die Initiatoren, Jasmina Kuhnke, Nora Tschöner, Caroline Kebekus, Rezo, Roger Recktes, Micha Fritz, Janni Tempel, MeToo Germany und Jannik Greenhof haben aus den Spendengeldern kein Geld erhalten. Das wollen wir auch wohl hoffen, oder? Da haben wir schon genug Geld, die ganzen Leute da, ja. Ich sage nur, die Küche bei Jasmina Kuhnke und Co., da müsste ja auch noch Geld über sein, ne? Oh Mann, was es für Leute gibt. Ihre Unterstützung war rein ehrenamtlich. Das wollen wir doch wohl auch hoffen. Die von Rassismus durchsetzten Falschbehauptungen diesbezüglich, die ausschließlich gegen Jasmina Kuhnke, ja genau, die ganz arme, 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 arme Jasmina. Die hat nie was falsch gemacht. Nein, 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 nein. Och, ich weiß es nicht. Das wird hier ganz übel. Weisen wir in Schienen zurück. Wie gesagt, alles, was in Richtung Rassismus geht oder unsachlich oder Bedrohung und Co. kann man nicht gutheißen und das ist absolut scheiße. Diese Frau ist aber höchst fragwürdig. Ich sage nur, die Küchenaktion und Co., das ist ein Dreißigkeit nicht zu überbieten. Und wenn sich solche Leute da eventuell, ja, aus den Spendengeldern, ja, vermeintlich, theoretisch bedient haben sollten, dann sind die das das Allerletzte, ja. Wenn sie es nicht getan haben, dann gut, dann waren sie es nicht, dann haben sie es nicht getan. Das ist ja okay. Aber wenn man hier fragt, was aus dem Geld geworden ist und hier kommt das von der einen in die nächste Stiftung und ich glaube, dieser Schües-Found ist da auch mit Jasmina Kuhnke irgendwie verbandelt, so meine ich das noch in Erinnerung zu haben. Also dann, da gehen ja auch 50.000 Euro hin, ja. Also die arbeiten da, glaube ich, nicht die ganze Zeit umsonst. Ja, abgesehen davon, dass man in den Stiftungen auch theoretisch Leute auch anstellen kann, die natürlich dann auch Gehälter dort bekommen, was ja auch vollkommen normal ist, dass man ein Gehalt bekommt, wenn man arbeitet. Aber ihr versteht hoffentlich, was ich meine, ja. Das ist durchaus, da auch viel Geld verwendet werden kann für Dinge wie in dem Fall hier, die nicht dafür gedacht waren. Ja, die Amadeo-Antonio-Stiftung wird die Spendengelder nach Ablauf einer vierwöchigen Kulanz, die Better Place Org, allen Spender nach der heutigen Veröffentlichung der aktuellen Entwicklung zur Rückerstattung einräumt, oh, erhalten und diese im Einklang mit den Richtlinien der Plattform weitergeben. Das ist doch schon mal sehr gut. Damit wird die Spendenzweck der Kampagne gewährleistet und die Gelder kommen Betroffenen bestmöglich zugute. Das ist ganz, ganz wichtig jetzt. Also die Leute, die jetzt hier von euch gespendet haben, ich werde das auch oben nochmal anpinnen, neben der Quelle, dass ihr euch das Geld auch anscheinend zurückholen könnt. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Allerdings, wie gesagt, wer berichtet drüber? Berichtet jetzt ein Rezo drüber, dass es jetzt dort Neuerungen gibt, was mit dem Geld passiert? Berichtet eine Carolin Kebekus darüber, eine Nora Schörner oder eine Jasmina Kuhnke? Machen die da Postings zu? Wird das beworben, dass jetzt auch die Leute noch ihr Geld zurückerstattet bekommen könnten? Ich denke nicht. Und das hat natürlich auch ein gewisses Kalkül. Weil am Ende natürlich dann die Leute das gar nicht mitbekommen, dass sie ja vier Wochen Zeit hatten, sich das Geld zurückzuholen. Ja, weil sie es gar nicht mitbekommen haben. Alle genannten, da habt ihr übrigens auch, ich habe noch kein Video dazu gesehen, vielleicht gibt es einzelne YouTuber, die schon berichtet haben. Ja, Grüße gehen raus, wenn ihr das getan habt, super. Aber ich habe jetzt hier noch nicht so viel gesehen. Ich muss sogar zugeben, gar nichts. Alle genannten Zahlen beruhen auf der Annahme, dass die Spender nicht widerrufen. Die genauen Summen können erst nach Ablauf der vierwöchigen Kulanz genannt werden. Dann prozentuale Verteilung der Spendengelder. Wie viel macht ein Euro nach aktuellem Stand? Also ich bitte euch, dieses Video hier zu teilen. Ob ihr mich jetzt mögt oder nicht, teilt dieses Video. Ja, dann geht es hier weiter. Fonds, Tilda, inklusive 100.000 Euro für mögliche weitere Rammsteinbetroffene. Also ist schon an Dreißigkeit nicht zu überbieten. Da hoffen wir mal, dass sich einige ihr Geld zurückholen. Ich vermute aber, es werden nicht so viele sein. Und wie gesagt, ich finde das jetzt grundsätzlich nicht falsch, wenn es so einen Fonds gibt. Aber ich finde es daneben, dieses Geld, was für was anderes, versteht mich bitte nicht falsch, gedacht war, dafür zu verwenden. Bereits zugesicherte Unterstützung für Rammsteinbetroffene. Das sind immerhin 90.000 Euro. Aber wer war denn das jetzt? Könnt ihr vielleicht mehr im Detail erklären, was da passiert ist? Ja, das wurde jetzt auch, finde ich, viel zu grob angeschnitten. Und das muss man jetzt hier blind vertrauen. Schwierig. She was found, meine ich, ist mit, auch wieder Jasmina Kuhnke. Ja, 50.000 Euro ist ein Jahresgehalt für viele. Ein sehr, sehr gutes und fürstliches Jahresgehalt. Für manche sogar zwei Jahresgehalt. Für manche sogar auch eine, ja, muss das drei Jahre oder länger reichen. Kosten zur Umsetzung der Kampagne. 34.000 Euro. Weiß ich nicht, was man da mit diesen 34.000 Euro macht. Aber also auch nicht wenig, ja. Und ja, das ist jetzt erstmal hier die vorläufige Sache. Ja, teilt das gerne mit Leuten, die gespendet haben. Da ich das ja damals auch geteilt habe hier auf meiner Seite, teile ich das mal in der Community mit, dass sie ihr Geld zurückholen können. Wie gesagt, ich habe nichts gegen Unterstützung von wirklichen Opfern, denen Schlimmes widerfahren ist. Ich habe auch nichts gegen Kampagnen, die sich gegen sexuelle Gewalt einsetzen und für die Opfer einstehen und da wirklich Gelder locker machen von den Spenden. Finde ich vollkommen legitim, aber wenn sich da einzelne Leute theoretisch dran bereichern oder diese Kampagnen da einfach aus dem Boden gestampft werden und Gelder verwendet werden, die eigentlich für andere Dinge gedacht waren, dann finde ich das alles höchst fragwürdig und schwierig. Das soll es für heute hier gewesen sein. Das nächste Video wird dann wahrscheinlich wieder über Rebecca Reusch gehen und hier ein neues Update zum Fall Tillinemann.